Warum ich in der Basis bin? In der Corona-Zeit trugen hunderttausende Bürger ihre berechtigte Meinung zu den Maßnahmen auf die Straße. Ich musste erstaunt feststellen, dass es die meisten etablierten Parteien nicht interessiert hat. Statt mit Dialog wurde mit Polizeigewalt und Diffamierung geantwortet. Da wurde mir klar, dass wir eine Partei brauchen, um gehört zu werden. Die Politik der Eliten ist dominiert von mächtigen Interessengruppen, weniger vom Wohl der Bevölkerung. Sie hat versagt und fährt gerade Deutschland, Europa und die Demokratie gegen die Wand. Ich glaube, dass Basisdemokratie die gerechteste Form der Demokratie ist, weil dann die Menschen selbst über ihr Schicksal entscheiden können. Europa hat in den letzten Jahren wichtige Gesetze erlassen, die die Freiheits- und Grundrechte verletzen. Das Europäische Parlament hat wenig zu sagen und nickt oft einfach ab, was die Kommission vorschlägt. Das wollen wir ändern. Deshalb am 9. Juni deine Stimme für die Basisdemokratie. Ich bin Michaele Kundermann und ich kandidiere für das EU-Parlament.